frohes neues jahr 2021 ein paar worte zum jahreswechsel und zwar möchte ich dieses video einigermaßen sachlich gestalten und nicht so wie letztes jahr wo ich ein paar worte zum jahr 2020 verloren habe für die ich mich wirklich heute schäme ich hatte das video 2020 ja noch mal im dezember per upload hochgeladen und dazu gesagt dass ich mich schäme deswegen mache ich jetzt nicht so ein wie mit hoffentlich wird das ein ganz tolles jahr an dass wir uns noch positiv erinnern werden sondern ich sage einfach nur willkommen 2021 und hoffentlich wird 2021 besser als 2020 ich hoffe mal man bekommt 2021 durch die corona impfung dem corona virus einigermaßen in den griff dass die neuen fiktionen und alles niedriger werden also weniger werden und das einfach corona absolut an wie ich sag mal an bedeutung verliert im sinne von dass es einfach weniger infizierte werden und der virus langsam zurückgeht und dass das auch mit dem ausnahmezustand in 2021 besser wird also dass wir 2021 wieder mehr in die normalität zurückfinden das würde ich mir persönlich für 2021 wünschen und der natürlich werden wir im kommenden dezember kommenden jahres wieder auf das video reaktion und einfach schauen was davon eingetreten ist und was nicht und ich wünsche allen die das video jetzt schauen wirklich einen guten rutsch ins neue jahr und das 2021 besser wird als dieses spezielle jahr 2020 also und alle da draußen frohes neues jahr das war meine neujahrsansprache frohes neues jahr